Die Solexa 2 steuert automatisch Beschattungen und Fenster und schaltet Leuchten und Heizgeräte. Das Basisset besteht aus Wetterstation und Bedienteil, die per Funk kommunizieren. Am Bedienteil wird das System eingerichtet, Einstellungen angepasst und Antriebe und Geräte manuell bedient. Dafür lässt es sich bequem von der Magnetwandhalterung abnehmen und dort nach Benutzung wieder anbringen. Der 1.440 mAh große Akku sorgt für eine lange Laufzeit. Geladen wird das Bedienteil über eine Micro-USB-Buchse. An der Wetterstation wird ein Motor drahtgebunden angeschlossen. Mit dem Basisset können Sie also bereits loslegen und beispielsweise eine Markise automatisch steuern. Weitere Antriebe und Geräte lassen sich über kompakte Funkmodule ins System Solexa 2 einbinden. Sie steuern zum Beispiel Licht, Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Heizstrahler oder eine Dachrennenheizung. Der Vorteil dieses funkbasierten Steuerungssystems zeigt sich bei der Nachrüstung an einem bestehenden Gebäude. Nur wenige neue Leitungen müssen verlegt werden. Es entsteht kaum Schmutz und die Solexa 2 ist schnell einsatzbereit. Die Wetterstation der Solexa 2 erfasst Sonne- und Außentemperatur für die automatische Steuerung von Sonnenschutz und Fenstern. Integrierte Sensoren für Niederschlag und Wind helfen, empfindliche Markisen und Jalousien zu schützen. Die Windmessung erfolgt dabei elektronisch, wodurch auch aufsteigende Winde zuverlässig erfasst werden können. Per GPS empfängt die Wetterstation Datum und Uhrzeit. Die Steuerung berechnet daraus auch den Sonnenstand, um Beschattungen optimal zu steuern. Der im Bedienteil eingebaute Raumtemperatursensor kann dazu genutzt werden, den Wintergarten durch die Sonne aufheizen zu lassen, bevor Beschattungen schließen. So können Heizkosten gespart werden. Das System Solexa 2 kann ergänzt werden mit zusätzlichen Funk-Innenraumsensoren, mit einer Fernbedienung und es kann über die WLAN-Schnittstelle SOL auch per App bedient werden. Die Steuerung Solexa 2 ist durch die Funkkommunikation flexibel erweiterbar und passt sich Ihrem Zuhause und Ihren individuellen Wünschen an.